Die Ichonik ist eine Harmonie-Süchtige. Es darf nicht keinen Sinn geben! Das erste Problem ist, Ikonik und keine andere Methode, weil Bilder so betrachtet werden müssen. Das ist das Problem. Ikonik und keine andere Methode, Theorie, Paradoxie und nach hinten. Es werden zwei Probleme, es werden zwei Probleme, es werden zwei Probleme. Unter drei, unter drei, unter drei, unter drei, unter drei, unter drei, es darf nicht keinen Sinn haben. Das zweite Problem ist, dass Bilder antworten. Das zweite Problem ist, dass Bilder antworten. Das zweite Problem ist, dass Bilder antworten.